EZ, man, BÄM und raus. Easy, Junge, easy. Wie geht dieses Lied bei Walking Dead? I'm going on easy street. Ne, 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 ne. Ach, herrlich, Junge, ich bin raus für heute. Das war schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es fest und raus. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, über unsere Sorgen und Nöde zu reden. Patrick, was hat dich heute am meisten angekotzt? Daniel. Daniel, okay. Nobody, was hat dich am meisten angekotzt heute? Daniel? Ja, alle. Ne, Schatz, was hat dich am meisten angekotzt heute? Wie die Jungs sich heute Morgen geprügelt haben. Okay. Du hast denen jeden eine Backpfe gegeben. Sehr niedrigend. Weil die sich geprügelt haben, werden sie weiter nicht machen. Wie, nicht doll. Einmal klatsch, klatsch. Und dann sind sie gerade gelaufen, oder was? Oder lassen sie sich ein bisschen. Bei uns hat das früher auch funktioniert. Schade hat es nicht, oder? Nö, wäre auch ein dufter Jung geworden. Ja, ich denke auch. Außer, dass mein Vater mich damals gewirkt hat als Kind. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen uncool. Aber soll ich nur wieder mal einige Wimps zu kriegen? Ja, ordentlich in die Fresse. Dann läuft das wieder gerade, das Kind. Das sind die geheimen Erziehungsmaßnahmen 2017, die man aber leider nicht live sagen darf. Ja, jetzt lachst du, Marie. Ordentlich mal in die Fresse, denn. Eine Backpfeife. Ja, eine Backpfeife ist nicht ordentlich in die Fresse, sagt sie. Eine Backpfeife, was? Nö. Also wie gesagt, uns hat das dann früher ordentlich geschadet. Nein. Wenn man mal richtig Kacke gebaut hat, dann hat man mal eine gekriegt. Nobody will es unbedingt sehen. Spiel mal eine. Ja, komm. Wie war es? Moment. Warte, ich muss mich einschalten. Brille ab? Brille ab! Brille ab! Was ist das? Ah! Alter, du schlägst unsere Kinder, Mann! Das ist die heutige Gewalt gegen den Mann. lieber totgestiegen wird. Ach, jetzt küssen und so, ist klar. Wie wolltest du das? Ich habe dich bei Twitch gemeldet wegen Darstellung von Gewalt. Warte mal. Ey, 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 ey. Doppelunterkiefer ist gebrochen. Wie klippig war es? Verdammt. Also Jungs, wenn ihr das bis jetzt noch nicht hingekriegt habt, wie immer was klippt. Wenn du auf dem Videofenster bist, ist es recht unten. Und das sind noch die maximal 60 Sekunden, die davor waren. Okay. Sollte reichen. Und noch schließend ganz.